moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr eine travel scott herausforderung lösen könnt wie ihr wisst ist ja jetzt bald das live event von travel scott wo er ein konzert geben wird und dieses konzert beziehungsweise live event wird herausforderungen mit sich bringen die ihr dann lösen könnt und kostenlose items freischalten können eine davon ist leute dass ihr auf fünf verschiedenen riesen köpfen von travel scott rum hüpfen müsst ja ich zeige euch jetzt wo die location sind bleibt dran leute ich zeige euch jetzt jede location leute von diesen köpfen bleibt alle dran die sieht man eigentlich schon auf der karte location nummer eins ist hier bei sweaty zeige ich euch auf der karte leute ist genau hier oben was sie dann machen müsst ihr baut euch einfach hoch und hüpft da drauf so leute ok location nummer zwei sieht man schon da vorne also ich mache es bei gruppenkeile dann könnt ihr auch direkt alles auf einmal machen soweit ich weiß müsst ihr auf allen fünf springen beziehungsweise hüpfen bei gruppenkeile geht das halt ganz easy vor allem wenn ihr das auf eurer seite habt leute braucht ihr eigentlich erstmal keine angst haben dass da ähnliche gegner sind ihr baut euch wieder hoch leute und hüpfen so location nummer drei er geht wieder ein stück weiter so hier sind wir beim dritten ihr müsst euch einfach wieder hoch bauen leute drauf um springen und das war es dann auch schon gehen wir dann rüber zur location nummer vier übrigens leute bei dieser location also bei der vierten location hier markiert euch markiert euch nochmal auf der karte hier oben da ist auch diese bühne ich glaube soweit ich weiß müsst ihr auch diese bühne besuchen für eine andere herausforderung also dann müsst ihr einfach hingehen dann habt ihr noch eine herausforderung abgeschlossen ok hier war location nummer vier und die allerletzte location ist hier oben leute ich zeige es euch einfach nur auf der karte und geht da nicht hin so das waren dann alle fünf locations die sind dann alle hier im kreis leute einer ist hier gewesen der andere hier 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 und hier alle im kreis leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst mir ein like da schreibt es mir in die kommentare leute und für alle die bei den livestreams dabei sein wollen ihr könnt mir kostenlos auf twitch folgen ansonsten sage ich bis zum nächsten video ciao